Nächster Halb, Salamon Forschungszentrum. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Nächster Halb, Salamon Forschungszentrum. Genau pünktlich. Eine Fahrkarte bitte. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Danke. Nächster Halb, Nahrenspeicher. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du willst eher so ein langweiliger MPC. Hast du die letzte Folge? Nein, nicht spoilern. Absolut pünktlich. Danke sehr. Eine Fahrkarte. Danke. Nächster Halb, Südschweicher. Nächster Halb, Südschweicher. Nächster Halb, Südschweicher. Nächster Halb, Südschweicher. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Na klar. Hier, bitte. Nächster Halb, Stockerplatz. Das war's. Nächster Halt. Stockerplatz. Peter! Moment! Wo ist mein Hut hin? Liebe die Sonne! Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Nächster Halt. Festspeichel. Endstation. Bitte alle aussteigen. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich hab gestern Schrammoo gekauft. Oh, ja? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Gestern sind wir an einer neuen Sanktel vorbei. Ja, die habe ich übergesehen. Westspeicher, Endstation. Bitte alle aussteigen. Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020